so ja gut dann müsste man nächste runde mal dings machen lass mal gleich hier vorne runter okay aber das könnte kritisch werden ja dann warte ich bin raus die gehen ich bin raus ich gehe direkt hier ins haupthaus ich gehe direkt hier in das in das große du kommst auch in das große bitte damit wir schön zusammen gleich sind so landen geschossen ja ich krieg direkt aufs maul hier unten ich habe beide weg aber ich habe auch mies aufs maul bekommen ich habe nur noch einen schuss ich halte mich ich halte mich hoch ich halte mich auch ich habe mir die peck gefunden großes automat nehme ich aber gerne das ist so geil dass man jetzt auch gehen kann jetzt ist viel besser weil du dich verstecken kannst du jetzt du kannst noch mal dich ein bisschen anders position ist das die rage schrottflinte ok hier wenn du willst ich habe ja noch mal waffen hingelegt ich versuche ihn zu pushen ich versuche ihn zu pushen was ist das was ist das was ist das das schaumgewehr hab ihn genockt hab ihn genockt hab ihn genockt hier ist ja noch einer drinnen ich finish ihn ja der wirft hier irgendeine scheiße hab ich gemacht achso guck mal auf dem dach bei mir hier drin hab ihn da war ein bots glaube ich ja die waren schlecht das war ein bots ok 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 wir sind gleich neben der zone ich bin mal hier am looten gucken ob hier was ist ich höre hier tatsächlich was ich gehe mal hier in die ruinen gucken kommst du mit ja ja das ist zu zweit gehen klar immer immer zu zweit ja ne ich sag es an weil damit wir halt zu zweit immer bleiben können hier ist einer eller die skin die schiller die schauen denen die schilder unter da ist ja 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 wie zur helle kommt man da hoch hier oben hier oben oder warte mal ich hab auch keinen plan was ja jetzt neu ist dass du richtig die Zone kommt komm 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 der Zug kommt der Zug kommt spring auf den Zug auf wenn ich mal so schnell werde ach scheiße nein der Zug fährt in die andere Richtung schade weil ich hab jetzt gerade mitbekommen ich weiß jetzt was diese orangenen Kreise heißen am Ende die heißen Gegner in der Nähe in den Kreisen sind Gegner so das wird dir jetzt extra angezeigt damit du weißt wo wer ist und wenn du auf dem Zug bist lädt sich so ein Teil auf und dann droppt der Zug loot das ist offen ja ey ach scheiße ich bin gesprintet beim Medipack geben und dann ist der Medipack einfach weg und du hast nichts bekommen Flipper Flipper hab ich hier gerade was gehört Guck siehst du den Kreis da ist in dem Kreis irgendwas drin Flipper da sind irgendwo Gegner das heißt die müssten jetzt hier gleich irgendwo auf uns zukommen von da wegen der Zone ja 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 siehst du die fighten da jetzt gegen die NPCs gegen die NPCs nein die da unten sind keine Bots der da oben war ein Bot ja da ist einer vor sich vor sich vor sich vor sich vor sich Wo ist das? Okay, okay, okay. Wollen wir da hoch? Ich habe nicht mehr viel Schuss, sag ich mal so. Du hast auch hier, warte, 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 hier. Nimm mal Minis. Gönn dir die mal, während du gehst. Ich werde auch nur gehen. Ich habe meine Shotgun einfach fein gelassen, gerade aus Reflex. So eine verfickte Scheiße. Ja, nach Muni müssen wir mal gucken. Ja, kannst du den nehmen. Ich werde da mal gucken, ob ich mich ein bisschen einmischen kann. Weil gleich pusht die Zone in 55 Sekunden auch wieder. Oh Junge, ich habe ihn erledigt. Marschallah, Alter. D-A-G-O-S, der Allerechte. Wollen wir mit der Karre fahren? Ja, warte, ich will... Oh, ne, die Karre ist kaputt. Die Karre ist hin. Können wir knicken. Zug, Schlüssel, Karte. Ich habe nur Schlüssel, Karte. Ja, das bringt uns jetzt nichts. In 19 Sekunden pusht die Zone uns hier weg. Okay. Das ist ja die Scheiße. Würde ich auch sagen. Erstmal Richtung Zone irgendwo. Haben die hier irgendwo ein Medi-Pack, Medi-Kit? Ja, hier ist doch eins. Nein, nein, das sind die Kleinen. Ich brauche die Großen. Guck immer auf mein Leben oben links, damit du siehst, was ich meine. Mit den Kleinen kannst du dich nur bis 75 voll machen. Hier, Kalle. Nimm es. Und Genna ist dir unterwegs. Ja, scheiß auf die Karte, die brauchen wir jetzt nicht. Können wir jetzt... Die blockt extra. Können wir jetzt eh nicht. Uiuiui, nicht schießen! Scheiße. Uns hören uns diese kleinen Fotzenkinder. Ja, das Medi-Kit verlieren hat automatisch geballert. Ja, Zone pusht schon wieder. Wir müssen da vielleicht in dem Haus looten. Ich brauche auf jeden Fall ein großes Medi-Pack. Da ist auch irgendwo unser Abschussziel. Okay, aber eine Minute noch. Ja, hier rechts war ein Feind. Okay, das war nice. Ja, aber ich dachte mir, ich jump mal da schnell rüber. Ohne Schieb hier ist ein fettes Medi-Pack gewesen. Warte, ich hole das noch schnell. Ich habe eins. Okay. Und ich schieße noch mit. Ich schieße noch mit. Ich schieße noch mit. Ich schieße noch mit. Ich habe ihn. Er ist down. Ich habe auch ein Medi-Pack von ihm. Ich habe auch eins. Ja, ich habe auch eins. Behalt es. Die Digger sind wichtig. Dann nehme ich das selber jetzt. Ja. Okay, Loot Island. Oh, scheiße. Zone post schon wieder. Aber die direkt, ja. Die scheiß Hähnchen, Alter. Wollen wir mit der Seilwände? Ja. Seilbahn oder Seilwände. Keine Ahnung. Von da rechts sind noch irgendwelche Schiffe. Jetzt müssen wir hier vorsichtig sein, Alter. Weil das ist schon fast Endzone hier. Ja, 16 Gegner. Da ist Loot Lake. Loot Island meine ich. Ich würde natürlich gerne versuchen, auf Loot Island draufzukommen. Also hier links sind auf jeden Fall Gegner. Weil siehst du dieses orangene Kreis, dieses große? Ja, ich habe aber auch schon Schusssymbole gesehen. Also hier wird gekämpft. Das bedeutet, dass hier Feinde sind auf jeden Fall. Vor uns. Ja, die schießen ja auf. Nee, nee, aber auf Orange. Dieser orange Kreis auf der Map. Wo wir nicht wussten, was das ist für eine Hitzewelle. Ja. Das bedeutet, dass da Gegner sind. Und ich habe keinen Bock, dass die uns von hier pushen. Wir laufen, glaube ich, unten am Fluss entlang. Also. Unten, dort und oben. Die sind da und da. Und da. Einer nockt. Ja. Ich dachte, du willst nicht. Ich habe einen genockt da oben. Oh, links. Oh, nichts. Hinten. Hinten. Boah, er hat mich gefistet. Wir sind aber jetzt genau in der Mitte. Das ist gar nicht gut. Nein. Komm hier. Komm zu mir. Komm zu mir. Hier hinterm Stein ist erstmal safe. Oh, ja. Essen ist da. Also nach der Runde bin ich weg. Galle. Ja. Zone schiebt, aber nicht uns. Hier kommt was von hinten. Komm mal mit. Komm mit. Komm mit mir mit. Komm mal hier runter. Da unten sind auf jeden Fall welche. Wir könnten. Scheiße. Komm mit. Jetzt müssen wir schnell sein. Hier so schön links halten. Ich habe da einen genockt. Lass sie fighten. Lass sie fighten. Ja. Irgendwer hat ihn ausgelöscht. Vorsichtig auf da oben. Da oben sind auch noch welche. Scheiße, Digga. Komm her schnell. Komm schnell. Schwimm. Schwimm um dein Leben, Alter. Schwimm um dein Leben. Okay, die schießen von da oben. Er hat kassiert. Er hat kassiert. Er hat kassiert. Wir müssen jetzt pushen, glaube ich. Die müssen wir wegkauen. Sonst wird das nix. Schön. Schön, schön. Schön, schön, schön. ja ich habe alles ich habe alles ich gebe mir noch mal dings guckt dann nach unten guckt dann und die kommen da gleich zu uns wir sind auf loot lake und teile da oben warte warte bleib mal weg immer weg du musst weg man er hat mich direkt getroffen der huernbock nein wir müssen hinrennen wir müssen hin weil wir müssen auf die andere seite ja er hat mich um mich um mich er hat mich er hat mich der hat mich genug ja und danach lauf direkt ja einfach da in die zone hinten er hat mich oh mein gott wie schlimm scheiße er hat mich direkt weg basiert gar keine chance gab überhaupt da müssen die zogen schattig sind kannst du vergessen ich bin raus scheiße die haben es aber auf mich abgesehen da ein b die 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 Was ist das? Drei Läufe noch, zieh durch. Zwei. Wo ist der letzte, Digga? Wo ist der letzte? Er muss sich oben verstecken irgendwo. Er muss ja hier sein. Digga, wo ist der letzte? Der versteckt sich irgendwo. Irgendwo am Rand, der kommt gleich hoch. Wenn man mein Herz schlägt, im Dreivierteltakt. Durch, durch, durch. Hier im Tunnel wahrscheinlich. Oh mein Gott. Ja! Oh Mann. Super blöd! Super blöd! Super blöd! Let's go! OP-Schild, sein Ungroßvater. Sehr geil. Ja! Letzter Win hier. Siehste, hat sich gelohnt. Baby! Tammy! Ami! Ami! Das Schild ist unnormale OP, Digga. Das Schild ist geisteskrank. Vielen Dank.